Musik Organisiert vom Seniorenbeirat der Stadt Erkner begrüßt Hannelore Buhl als Vorsitzende alle Gäste, insbesondere aber den Bürgermeister der Stadt Erkner, Herrn Henrik Pilz, sowie den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Herrn Lothar Eisert, die Mitglieder der verschiedenen sozialen Verbände der Stadt, sowie die Gäste aus den Nachbarstädten bzw. Gemeinden. Frau Buhl bedankt sich bei den Organisatoren und Akteuren, insbesondere bei den Randberlinern, die maßgeblich das Programm gestalten. Der Bürgermeister der Stadt Erkner, Herr Henrik Pilz, der alle Gäste an den Tischen persönlich begrüßte, wirkt noch einmal die Veranstaltung als einen Höhepunkt im gesellschaftlichen Leben der Stadt. Wir begrüßen Sie heute beim Frühlingsfest. Wir begrüßen Sie, wir sind einmal bei Ihrem Freund Arsse und an meiner linken Seite von Ihnen aus rechts der lieber Hansbringer Hendricks. Gut, krass in Robert. Ja und zusammen sind wir die Randberliner. Ja und wir begrüßen euch herzlich und da gehört das natürlich dazu. Frühling, Frühlingslied, ein selbst geschriebenes Lied, passend für den Arsse. Bitteschön. Mein Herz, das ging für Bruderspray, denn hier ist es so schön. Darum freue ich mich, wenn Frühling wird und wir uns wiedersehen. Im wunderschönen Erdnach, da möchte ich bei dir sein. Und da halte ich heute alle Leute herzlich zu uns. Alle können wir schon gehen, jawohl. Das selbe Mädchen, aber nie hoch in den Bergen von Nordenbrief, aber nie, aber nie hoch in den Bergen von Nordenbrief wiedersehen. Dankeschön, danke, danke, danke für die wunderschöne Tanzrunde mit euch. Es macht Spaß, das ist für uns Künstler auch immer schön, wenn wir hier oben stehen und unsere Schmetterlinge. Und wir begrüßen jetzt die Berliner, die Tanzberliner Walzer. Und die zeigen uns jetzt mal, wie das mit den Standardtanzen richtig funktioniert. Nein, ihr dürft jetzt. Applaus 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 Joachim und Silke werden Ihnen jetzt ein Tango zeigen. Joachim und Silke werden Ihnen jetzt ein Tango zeigen. Aber mir scheint, du hast indessen das Richtigste vergessen. So wird es nicht gehen. Das geht einfach nicht rein. In der Zeit mehr als 1000 Jahren hat ein jeder das gefallen. Ganz ohne Liebe kann man nicht durchs Leben gehen. Wir können Ihnen jetzt wieder was sehr, sehr Schönes präsentieren. Und zwar haben wir eine Salsa. Und da hat der Martin und die Ines sich was ganz Spezielles einfallen lassen. Und da ist es ein Einzelnen, der da ist. Musik Jetzt die Helga auf die Tanzfläche führen und wir probieren den Disco-Forks. Das hat auch schön gemacht. Wir gehen heute auf Bären, ja, wir fangen an den ganz Großen. Und wenn ihr uns fragt, wir haben keine Angst in den Hosen. Uh, Gras, nasses, langes Gras, drüber können wir nicht und drunter können wir nicht. Oh nein, wir müssen mitten rein, Wischelwaschel, Wischelwaschel, Wischelwaschel. Wir gehen heute auf Bären, ja, wir fangen an den ganz Großen. Und wenn ihr uns fragt, wir haben keine Angst in den Hosen. Uh, Uh, Matsch, glitschiger, matschiger Schlamm. Drüber können wir nicht und drunter können wir nicht. Oh nein, wir müssen mitten rein, Quietsch, Quatsch, Quietsch, Quatsch. In meinem Bauch, ich fühl mich nicht mehr klein. Das habt ihr ganz toll gemacht. Aber wisst ihr, muss ich ja sagen, der Applaus, war denn ein bisschen leise? Ja. Genau, jetzt gibt es nochmal einen großen Applaus. Genau, einen ganzen Korb voller, was ist denn da drin eigentlich? Zeig doch mal, was da drin ist. Sie sind für eure Erzieherin und einer von euch nimmt den Korb jetzt mit. Und dann könnt ihr euch... Ich könnte. Ihr nehmt das alles mit und könnt das verteilen und den Rest nehmt damit in den Klinik. Also nochmal einen großen Applaus für die AVO-Kita Haus Sonnenschein. Wunderbar. Und jetzt könnte ich mal hier gucken, wer alles Geburtstag hat oder wer nicht. Ich weiß es nicht, aber ich weiß es doch. Ich weiß es auch nicht. Ah, du weißt es auch nicht, ja? Ich weiß es auch nicht. Okay. Ein Kreuz und ein Name im Kalender, ein Jahr geht doch nie im Flug vorbei. Für dich soll der Himmel heute strahlen, die Freunde, sie werden weit. Und sie können natürlich tanzen, hat sie hören. Genau. Wie ihr Wintetron. Und jetzt schon mit allen! Hacke, Spitze! Genau, und die anderen müssen sich dahinter eingliedern. Genau, Hacke, Hacke, Spitze, genau. Nicht als Polonaise, ne, ne. Jeder mit dem Partner. Genau. So, fangen einfach an und wir musiken sie durch. Das geht gleich bei der Autobahn. Die Landverdiener singen hier, die sind stets gut gelaunt. Mit Hauweiß von der World of Stars. Er hat noch früh am Morgen und die Stadt wacht langsam auf. Er hat noch früh am Morgen und der Tag nimmt seinen Lauf. Und ich schau in deine Augen, seh ein Lächeln in deinem Gesicht. Du weißt nichts Bescheid. Wenn ich einmal Hochzeit mach, dann immer noch mit dir. Sag ich ja, dann ist mir klar, ich sag es nur zu dir. Wenn die Maler in der Tag, dann immer das von mir, dass jeder Regen mal mehr verliert. Fische, denn die Sonne sendet ihre Strahlen bis auf den tiefen Teich. Ich möchte die Erde noch schauen, aber der Wagen, der rollt. Rosa Munde, glaubt ihr noch, ich bin mir treu. Der Sünder, der rosa Munde, gibst mein Herz, wir alle noch frei. Aber mal nicht so. Ende zum Himmel, Ende zur Hölle, und wieder hoch, hoch, hoch zum Himmel. Ende nach vorne, Ende zur Zeit. Eine volle Tanzfläche, Spaß für alle, fantastische Stimmung. So hat das Seniorenvödelungsfest hier in Erkner allen viel Freude bereitet und es wird nicht das letzte sein. Leider nähert sich die Veranstaltung ihrem Ende. Sie wird sicherlich allen in guter Erinnerung bleiben. Guck, und wir legen uns jetzt davor. Ja, ist das gut, das Zeichen? Ja, alle lächeln, Ameisescheiße. Eine Frage, wie hat es Ihnen gefallen heute? Sehr gut, war schön wieder, wie immer. Ja, Oma, ja. Sagen Sie, wie hat es Ihnen denn gefallen? Sehr gut, sehr gut. Das ist ja meine Oma. Ach so. Ich wünsche, dass die Rand-Berliner eine Zängerin haben. Wie bist du zufrieden heute mit der Veranstaltung? Die ist ja von dir organisiert worden. Es war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Alle waren glücklich. Man hat genau gewünscht. Das ist ja, ich würde gerne bei mir. Das ist ja, ich würde gerne bei mir. So, ich würde gerne bei mir. In all this In all this time